Yo meine Lieben, ein ganz herzliches Willkommen oder Hey Freunde, was geht? Wir befinden uns gerade auf Counter-Strike Global Offensive und ja, wir werden jetzt einfach mal hier schauen, ob wir heute wieder mal so ein paar Leute finden, die eventuell etwas ganz Besonderes sind, beziehungsweise irgendwelche Programme installiert haben. Das heißt, wir starten heute offiziell ein neues Format. Und wir machen so eine Art Spectator-Modus. Natürlich haben wir heute auch schon eine Runde gezockt und natürlich habe ich sowas gestern auch schon im Stream gemacht. Und ich denke mal, das ist mal ganz interessant, zum einen zu sehen, wie andere so aimen und zum anderen auch zu sehen, ob es da vielleicht jemanden gibt, der sich nicht so an die Regeln halten sollte. Ähm, wir schauen also mal, it's not real, den schauen wir uns mal an. Okay, der ist jetzt gerade gestorben, das ist natürlich jetzt etwas so für uns. Okay, ist er raus? Ist er raus? Er ist abgehauen. Er wusste, dass er beobachtet wird anscheinend. Und er ist abgehauen. Also irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen, meiner Meinung nach. Wir schauen also hier uns in diesem... Okay. Okay, das sieht mir noch relativ real aus. Ähm... Okay, aktuell ist wieder jemand anderes oben. Und die Runde hat aber erst gestartet. Okay, Reflexe gehen, sind am Start. Den konnte er sehen. Den habe ich auch gesehen. Aber der Schuss saß ganz schön kräftig. Okay, er zieht ganz komisch. Also dieses Hin- und Hergebackel so ein bisschen, sieht mir ein bisschen merkwürdig aus, wenn ich ehrlich bin. So ganz leichte... Ihr seht das, so ganz, ganz leichte Ruckler. Die er beim Schießen hat. Ähm... Also irgendetwas... Ist hier meiner Meinung nach... Eventuell nicht so ganz. Also ein Wallhack ist es definitiv nicht. Okay. Der Kollege war aber echt lost hier. Okay. Es könnte natürlich sein, dass er irgendwas angemacht hat. Wobei es natürlich auch Ledged sein könnte. Wir müssen also die Situation... Okay. Der Schuss saß wieder. Sehr, sehr perfekt. Wobei er dafür auch länger gebraucht hat. Okay, der saß jetzt nie ganz so perfekt. Ähm... Das Upaimen... Naja, er ist ein bisschen hektisch. Okay. Ja, moin. Ja, moin. Vor allen Dingen haben wir uns direkt hier den ersten ausgesucht. Okay, da war jetzt noch einer, der gestern auch da war anscheinend. Aber irgendetwas kommt mir hier bei ihm so ein bisschen... Okay. Okay. Also das ist schwierig. Wenn er was anhaben sollte, dann kann er das ziemlich gut verstecken. Wobei ich mir hier nicht sicher bin. Ähm... Ich meine, klar, die Waffe... Eine Waffe hat einen gewissen Rückstoß, das ist klar. Ähm... Und dass man... Dementsprechend so ein paar Problemchen hat, ist verständlich und ist klar. Okay, einige stehen einfach nur rum. Ähm... Da ist er wieder. Immer noch führend. Das heißt, wir werden uns also hier... Einer XXL-Folge... Wappen... 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 Meine Fresse. Okay. Aber er war da auch sofort mit dem... Auf dem Kopf drauf. Oh. Okay. Okay. Wenn ich ehrlich bin, sah mir das jetzt... So ein bisschen... Komisch aus. Wir müssen nochmal solche Situationen abwarten. Wir dürfen nicht zu ungeduldig sein. Schließlich könnten wir hier ja auch jemanden vorverurteilen. Wollen wir ja nicht. Aber wie gesagt, Meinungen, na? Okay, den hat er nicht gesehen. Okay, den hab selbst ich nicht gesehen gehabt. Aber er bleibt dann wirklich stehen wie so ein Klotz. Ähm... Okay, das war aber... Ein anderer Kollege anscheinend. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er... Zwei... Okay. Da musste er erstmal ein bisschen nachziehen. Das Crosshair. Interessant. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die neue Reihe hier nennen werde. Okay. Da war das ganz schön fehl am Platze. Ich weiß nicht. Ich bin mir jetzt... Also, am Anfang war ich mir nicht sicher. Dann war ich mir relativ sicher. Und jetzt bin ich mir wieder nicht so sicher. Es kann natürlich sein, dass er hier versucht, was zu verstecken. Der ist safe so weg, wenn der gleich wiederkommt. Oder auch nicht. Okay. Okay. Also, er ist vom Verdacht nicht entlastet bei mir. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich der Meinung bin, dass er durchaus etwas temporär mal anhaben könnte. Ich denke, so ein Großteil des Matches jemanden zu beobachten dürfte reichen. Natürlich könnte er jetzt das Ganze noch mal neu einstellen, neu aufdrehen, wie auch immer. Eventuell leckt das Server ein bisschen. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, jedenfalls hier. Aber er aimt das relativ gut ab. Was ich sagen muss. Er campt da so richtig schon fast. Ja, Meister. Das kommt vom Campen. Okay. Junge, da unten war doch gerade. Ja, genau. Das hat die nicht... Okay. Also, ich bin der Meinung, das, was er hier treibt, müsste legit sein. Ja, das ist legit. Dann gucken wir uns noch mal ihn hier an. Okay. Ich hatte heute auch schon eine Runde. Da war ich führend. Und dann kamen zwei rein, die dann angeblich direkt 100 zu 0 gekillt haben. Ähm, ja. Und dann kam noch ein dritter, der hatte dann noch mal 30 zu 0. Ja. Ich sag mal so, das war gar nicht mal so ohne Bein. Da konnte man definitiv sehen. Die hat nur was an. Sonst wäre ich natürlich auf Platz 1 gewesen. Da hatte ich auch diese Map hier gespielt gehabt. Ähm. Ich hatte davon ein Screenshot. Ich habe ihn aber nicht. Jetzt aktuell hier ins Video einbinden können. Okay. Wie gesagt, ich bin mir bei ihm wirklich sehr unsicher. Warum sch... Okay. Okay. Also irgendwas... Ich denke mal, er hat irgendwas an, aber jetzt nicht so extrem. Also er verschält sich auch. Ich meine, man kann ja auch was anhaben und sich verstellen. Ähm. Okay. Okay. Eon, okay. Okay, den konnte er nicht sehen. Das heißt, er hat schon mal nichts an. Meiner Meinung nach. Natürlich haben wir hier auch kein richtiges Overwatch oder so, dass wir uns das installieren können. Aktuell. Aber ich denke mal, das hier reicht auch ganz gut. Gut. Okay. Die Zeit ist rum. Also das, was er hier macht, ist legit. Das, was der andere macht, da denke ich mal, er hat irgendetwas möglicherweise an. Und versteckt es sehr gut oder er hat nichts an und, ähm, wäre dann wirklich so extrem pro an dieser Stelle. So, dann gehen wir aber jetzt mal hier in ein anderes Match rein, beziehungsweise auf eine andere Map mit anderen Spielern. Denn es kann ja sein, dass wir immer wieder dieselben anschauen und dann wäre das ja zwar vielleicht als weiterer Indiz ganz gut, aber nicht gut genug für, ähm, beispielsweise einfach mehr Leute, die wir jetzt beobachten. Natürlich wird das hier eine XXL-Folge, weil es die erste offizielle Folge ist. Ähm, wie gesagt, wenn das Video rauskommt, werde ich mir hoffentlich einen Titel dafür überlegt haben. Ich bin aber jetzt noch nicht so sicher. So, wir haben hier diesen einen D-Irgendwas. Okay, da war er. Doggy oder wie der sich nennt. Moment. Er ist gerade down anscheinend. Oder ist er raus? Nee, ist noch nicht raus. Wo ist er denn? Da haben wir den. Du, 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 oder so. Oh, er ist sehr, sehr hektisch. Er ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr hektisch. Okay, das hat jetzt gedauert. Okay. Also, also ein Aim-Lock hat er schon mal nicht drin. Definitiv nicht. Und ein Wallhack auch nicht, meiner Meinung nach. Hat er sonst denn... Irgendwann... Okay. Ja, das hat jetzt... Ja, mein Freund. Das war nichts. Okay, wir gucken uns jetzt nochmal den D-Dings an. Da hat es sich gerade weggeswitcht hier. Da ist er wieder. Okay. Ja, nee, ein Aim-Lock hat er nicht drin. Der Schuss saß überhaupt nicht. Aber vielleicht sollten wir uns nochmal hier... ... ihn hier angucken. Der ist gerade wieder weggetimed hier. Wo haben wir ihn? Ist er raus? Ist er raus? Wann er es suspected wohl? Nee, da ist er. Oh, geht mir das auf die Nüsse gerade hier. Das ist immer automatisch weg. Okay, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Okay, nee, den hat er auch zu spät bemerkt. Dann schauen wir uns jetzt ihn hier nochmal an. Okay. Er hat ein Abzeichen, aber... Hier. Jetzt schauen wir nochmal ihn hier an. Okay, der saß aber. Aber man konnte den auch sehen. Also, die Runde sieht mir relativ legit aus, wenn ich ehrlich bin. Relativ. Wobei ich, wie gesagt, ihn hier immer mal wieder... Schwierige Geschichte, ne? Okay. Die Frage ist, hat er ihn durch die Wand gesehen und hat deswegen automatisch darauf gezielt und hat gewartet, dass ihn keiner trifft? Hat er vielleicht doch irgendwas drin? Oder hat er irgendwas angemacht eben? Okay. Er dreht jetzt aber mal richtig auf hier. Okay. Okay. Er braucht mehrere Schüsse, ja. Wo haben wir ihn wieder? Da haben wir noch den anderen, aber der andere... Na, wo haben wir den? Na, da haben wir ihn wieder. Okay, der war noch nicht ganz da. Wieder rausgeswitcht hier. Woppa, da waren wir einmal kurz vorbei. Ich meine, dass er ein Abzeichen hat. Okay. Okay. Die Schüsse sitzen jetzt wieder nicht ganz so genau wie eben. Es könnte natürlich sein, dass er zwischenzeitlich mal was anhat oder hatte. Oder er hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt relativ viel Glück. Also ich bin mir hierbei absolut unsicher, wenn er jetzt nochmal hier ein paar Schüsse... ...setzen würde... Er scheint gerade absolut Nullplan zu haben. Okay, das hat gedauert. Okay. Den konnte er eigentlich schwierig sehen. Hm. Ja, Freunde. Okay. Boah. Boah, 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 boah. Wo haben wir ihn denn wieder? Da. Und wieder auf den anderen drauf getimt. Schwierig. Also ihr habt ja jetzt diesen merkwürdigen Menschen hier gesehen. Ich weiß nicht, ob er was angehabt hat. Keine Ahnung. Ähm. Also vielleicht habt ihr ja da eine Ahnung. Also zwischenzeitlich hätte ich gesagt ja. Aber im Moment bin ich mir relativ, äh, ja, unsicher. Heißt also, wir schauen uns jetzt noch einmal eine weitere Runde an. Aber woanders. Weil jetzt nochmal den Samen zu Suspekten bringt absolut gar nichts aktuell. Das hüft uns leider auch nicht weiter. So. Auch für den Phasen sind da nicht viele mit dabei. Okay. Er hier hat ja mal Nullplan von allem. Okay. Für meinen Geschmack ähmt er hier ein bisschen merkwürdig ab. Passen. Okay. Das war aber noch normal. Okay, der saß aber richtig. Okay, oben ist auch einer. Okay. Wir sehen hier auch immer wieder gutes Crosshair Placement. Jetzt hat er ihm die Sicht versperrt. Aber ich denke mal, sonst hätte er den auch gekriegt gehabt. Also für meinen Geschmack war das ein bisschen merkwürdig gerade. Wir gucken uns jetzt aber mal hier. Äh, nein. Okay. Mr. Irgendwo. Ja, den gucken wir uns mal an. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay, die Schüsse saßen überhaupt nicht bei ihm. Kann natürlich jetzt ein Nebeneffekt sein, dass er versucht was zu verstecken, weil er weiß, es schaut jemand zu. Wäre möglich. Er steht hier auch so ein bisschen eigenartig manchmal. Okay. Bei so hektischen Bewegungen würde ich nichts sehen. Okay. Okay, es war was zu hören. Okay. Der saß aber. Der kämpft. Okay, wir schauen uns aber erstmal hier den anderen an. Da, ihn hier. Okay. Ja. Okay, der kriegt hier nichts gebacken. Das sieht mir also lädtig aus im Moment. Ja, ne, er schießt drauf, aber er kriegt nicht. Er ist da auch ein Stück weit zu hektisch und wurde jetzt selber mal niedergeklatscht. Hier hat also eine ganz schöne Schelle bekommen. Schauen wir uns ihn mal hier an. Und ja, er hat Skins, aber Skins bedeutet noch lange nicht, dass man auch nicht hackt. Man kann ja auch Accounts gekauft haben. Okay. Okay. Ja, moin. Ja, sie standen offen. Ja. Den eben konnte er nicht sehen. Wobei, ich mir jetzt auch gerade nie ganz so sicher bin. Wie gesagt, normalerweise wird das immer so eine Analytik-Folge werden. So, von etwa einem Match oder so. So, rund 10, 15 Minuten. Je nachdem, wie viel Zeit noch investiert wird zum Reden. In diesem Fall, wenn es eine XXL-Folge sind, wird das mindestens 4 oder 5 Folgen lang. Dementsprechend wird das Ganze ein bisschen länger gehen. Wir gucken uns verschiedene Sachen an. Das ist sozusagen zum Einstand. Okay. Also, das saß aber jetzt ganz schön krass, muss ich sagen. Was aber noch lange kein Beweis ist. Nur weil Schüsse sitzen. Schwierig. Wo haben wir ihn wieder? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Okay, der. Da haben wir ihn wieder. Okay. Ja, moin. Der hat doch nicht ernsthaft gerade die ganze Zeit durch das Tor geschossen, oder? Hat der vielleicht ein Wallhack an? Wäre zumindest möglich. Er war aber auf der Höhe. Er war auf der Höhe, muss man sagen. Nur die Reaktion war nicht so schnell von ihm. Da kommt mir irgendetwas Spanisch vor bei ihm. Okay. Das war kein großes Problem. Der stand bei... Okay. Okay. Kann man jetzt ein, zweimal machen? Ja. Ja, moin. Ähm. Ich glaube, wir haben hier jemand. Der möglicherweise tatsächlich etwas anhaben könnte. Mindestens ein Wallhack. Vielleicht so... Okay. Schwierig. Also, ich sag mal so, mit diesen zwei, drei Reaktionen, die er eben gebracht hat. Das Ganze war ein bisschen... Okay. Also, ein Aimblock hat er definitiv nicht drinne. Das kann ich schon mal so viel sagen. Zielen kann er gut, aber ich denke, er hat ein Wallhack drinne, weil... Ähm... Er pusht immer wieder hier durch die Tore durch. Obwohl er sich dann nicht absolut sicher sein kann, dass da jemand ist. Jetzt, wo er nah davor steht, hat er sie natürlich gesehen. Aber davor hat er ja auch schon immer wieder durch verschiedene Tore geschossen, obwohl keiner da war. Oder obwohl sie halt erst kurz danach durchgelaufen sind. Halte ich für ein bisschen fraglich, wenn ich ehrlich bin. Es ist natürlich noch nicht hundertprozentig bewiesen. Ja. Okay. Den konnte selbst ich gerade nicht sehen. Interessant. Okay. Okay. Und wieder durch... Okay, da war einer. Okay. Also, meiner Meinung nach... ...hat er zumindest keinen Aimblock drinne. Aber eventuell... ...einen Wallhack und versucht ihn ein bisschen... ...zu verdecken, wenn er... ...weiß, dass jemand spectatet und... ...b... ...b... ...einfach, um nicht... ...so auffällig zu sein. Okay. Jetzt im Moment klatscht sich jemand oben an die Spitze. Okay, jetzt sind wieder hier so einige, wo ich mir sage, okay, es ist merkwürdig. Aber das ist noch legit. Das ist alles noch legit. Auch wenn er jetzt eventuell den Hack zwischendurch mal an hat und mal wieder aus. Das kann natürlich sein. Aber das sieht mir noch einigermaßen legit aus. Ähm... Also, für mich wäre das jetzt kein klarer Fall, um zu sagen, okay... ...der wäre jetzt ein Report wert. Dazu... ...müsste es mehrere solche Situationen geben. Es gab zwar schon ein paar... ...aber auch ein paar, wo es einfach nicht war. Dementsprechend suchen wir uns jetzt nochmal eine andere Runde. Das ist dann... ...sozusagen hier der vierte Teil... ...unserer XXL-Folge hier. Wir gehen jetzt gerade also zu Mirage. Und schauen mal, ob wir denn dort noch jemand haben. Okay, Mirage war einmal. Jetzt kommt Nuke. Heißt also, die Map hat gerade gewechselt. Sieht immer so ein bisschen aus wie so eine Waffe oder so ein abgeranztes U-Boot. Wir spectaten also jetzt einfach mal hier. Müssen mal kurz warten, ob sich hier herauskristallisiert. Und wer denn führen wird? Okay. Er hat Langeweile. Ja, sehr sinnbefreit, mein Lieber. Sehr sinnbefreit. Mal gucken. Es gibt schon die ersten Kills. Da ist jemand schon mit 3 zu 0. Ja, ist an und für sich erst mal legit. Das wäre... Okay, es wechselt sich gerade hier oben. Hä? Hier stimmt irgendwas nicht oben mit den Namen. Hä? Was stimmt denn da oben mit den Namen nicht, bitte? Ist das ein Bug oder? Okay. Hat er versucht, seinen Namen zu verschleiern oder? Was stimmt hier nicht? Ich zähl's go. Das müsste... Ne, das ist ein anderer. Okay. Der ist es auch nicht. Der ist... Der Bot ist es auch nicht. Das könnte... Okay, das ist er hier. Das... Ja. Okay. Hier stimmt irgendwas nicht, habe ich das Gefühl. Mit dem stimmt irgendwas nicht. Ach ja. Ja, moin. Wir haben den ersten. Wir haben den ersten. Seht ihr das? Wir haben den ersten. Auf Terrorseite. Ja. Da ist er schon. So, die Frage ist jetzt natürlich... Mh... 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 Ist er jetzt raus? Ah ja. Sie haben ihn also gesehen. Sehr schön. Sie haben ihn gesehen und rausgeworfen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Jetzt müssen wir unseren... Lieben Namenswechsler wieder finden. Der mir sehr, sehr suspekt ist, wenn ich ehrlich bin. Da. Illig, Mann. Okay. Komm, bleib drauf auf dem. Nein. Er hat schon wieder gewechselt. Aber wir... Okay. Moment. 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 Na, wo haben wir denn? Okay. Er ist jetzt... Hä? Da ist er wieder. Okay. Er wird aber noch bei den... Nein. Hä? Okay. Jetzt heißt der andere... 31,6 mein Lieber. Ähm... Irgendetwas stimmt mit dem nicht. Da haben wir ihn wieder. Okay. Er hat was an. Er hat definitiv was an. Da bin ich mir jetzt relativ sicher. Allein schon... Ich meine, welcher normale Mensch versteuert so seinen Namen? Ja? Das zum einen. Zum anderen, so wie er sich bewegt und anhand der Stats... Bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er irgendetwas anhaben müsste. Er... Also der Schuss, der sitzt auch. Ich meine, gut. Ein Wallhack hat er definitiv an. Hat er einen Aimlock an. Ich denke mal... Ja. Ich denke auch. Also, ja. Ich meine, gut. Er hätte den jetzt vielleicht sehen können. Okay. Jetzt sind wir wieder bei dem. Jetzt müssen wir wieder unseren... Typen suchen, der seinen Namen durchwechselt. Wo haben wir den? Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. 46,7. Mein Freund. Okay. Sollte das so eine Art Bunnyhop-Script sein? Er hat was nachgestellt. Er hat definitiv was nachgestellt. Also, na, klar, natürlich, es kann sein, dass manche so mal kurz stehenbleiben und so. Aber... Er stand hier jetzt die ganze Zeit und jetzt eben nochmal, wo wir vorbeigeswitcht sind und wieder rausgetimt sind. Wo haben wir ihn denn jetzt wieder? Oder ist er abgehauen? Ist er abgehauen? Nein, ist er nicht. Da ist er. Da ist er. Okay. Bewegungen. Ähm... Ja. Ja. Sind möglich. Klar. Auf jeden Fall. Ähm. 47,9 jetzt. Okay. Ja. 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 Er hat was nachgestellt. Er hat definitiv was an. Er hat meiner Meinung nach definitiv etwas an. Okay. Der saß jetzt nicht. Die große... Vor allen Dingen immer auf dieselbe Stelle, interessanterweise. Ja. Definitiv. Er hat mindestens ein Wallhack an, wenn nicht sogar ein Aimlock. Ähm. Natürlich dieser Namenswechsel, äh, den er hat. Ähm. Ja. 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 Ja, 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 ja. Er hat was an. Er hat definitiv was an, Freunde. 55 zu 9. Ja, moin. Ja, moin. Äh. Kann man hier Abstimmung starten? Ne, kann ich nicht. Das ist schade. Ich kann auch nicht reporten. Das große Problem ist, bei seinem Namen, können wir uns nicht sicher sein, wie er heißt. Denn er wechselt den Namen. Ähm. Er scheint da halt irgendwelchen, irgendeinen Bug zu nutzen. Allein schon deswegen sollte man ihn eigentlich reporten. Wir haben das aber hier live auf Video. Ja, ja. Er hat was an, definitiv. Er dreht ja mal richtig, völlig am Rad hier. Okay. Können wir schreiben. Ja. Namechanger. Here's a hack. Ah. Ha, ha, ha. Er hat definitiv jetzt anscheinend irgendwas noch umgestellt, dass man es nicht so leichter... Ja. Ja, ja. Ja, ja. 64, 9. Das kannst du keinem erzählen. Ja. Ja, ja, genau. Den... Ja, mhm. Genau. 66, 6... Ah, äh, 9. Ja, mhm. Ja, ja, ja. Ja, ja. Natürlich. Aber hier haben wir den Namen jetzt gehabt. The 5C, oder wie der sich nennt. Äh, mal gucken. Ob er vielleicht das Spiel verlässt. Ich denke mal nicht. Aber hier, wir sehen das definitiv hier 66 zu 9. Ähm, ich mein, wenn man gut spielt, okay, ja, natürlich. Ähm, aber ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass dieser Spieler nicht gut spielt. Wir haben es jetzt eben gesehen. Ähm, und meiner Meinung nach hat er irgendwas angehabt. Ich kann mich natürlich auch irren, aber ich denke mal da absolut nicht. Es waren so einige verräterische Szenen mit dabei. Vor allen Dingen allein schon die Tatsache, dass er seinen Namen wechselt. Und man nicht erkennen kann, wie er letztendlich heißt. Finde ich schon etwas sehr merkwürdig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, natürlich ist das noch lange kein Beweis. Aber, äh, und das, was ich gesehen habe, reicht mir, um meiner Meinung nach zu sagen, dass er irgendeinen Hack anhat. Und er war ja nicht der Erste in dieser Runde, der einen Hack anhatte. Da gab es ja noch einen und vielleicht hat er den gesehen und dachte sich, Och gut, wenn der einen anhat, kann ich mir auch einen anmachen. Dann, meiner ist aber besser. Ja, liebe Freunde, ich würde mich über ein Like freuen und über ein Abo. Lasst, wie gesagt, einen Daumen da und ein Abo. Ich würde mich freuen. Macht es gut, habt einen schönen Tag. Euer General of Death, alias der Todesbaron. Und ciao.